Bei der Schreibweise von der Uhrzeit kann man hier bei einem ungefähren Wert sagen, zum Beispiel 7 Uhr, ich komme so um 7 Uhr vorbei. Wenn es aber sehr konkret wird, also wenn man sagt, man kommt Punkt 7 Uhr, muss man es laut DIN entsprechend so schreiben, dass man also wieder die Zahl zweistellig hat, dann kommt ein Doppelpunkt und dann kommen die Minuten und mit einem Leerzeichen danach schreibt man das Wort Uhr da noch dahinter. Bei den Minuten hier entsprechend auffüllen, wenn es jetzt zum Beispiel nur 5 Minuten wären, dann nicht so schreiben, sondern hier wieder die zwei Stellen auffüllen. Im Duden findet man noch eine andere Schreibweise, statt dem Doppelpunkt ein Punkt. In der DIN ist es nicht der Fall und da wir uns an die DIN 5008 halten, müssen wir das Datum also mit Doppelpunkt schreiben. Wichtig hier bei einer Zeitangabe oder einem Zeitraum, dass man das Wort Uhr nicht wiederholt, sondern hier praktisch die Angabe bis 15.30 und zum Schluss nur noch das Uhr anhängt. Bei der Angabe von Sekunden wird das genauso geschrieben, also hier zweistellig die Stunde, 30 Minuten und 45 Sekunden, auch wenn es jetzt nur 5 Sekunden wären, müsste man das Ganze dann trotzdem zweistellig schreiben.